Das ist die Vipassana-Meditationsübung, Beobachtung des Atems. Unsere Meditationsübung beginnt. Nehmen Sie eine bequeme, sitzende Position ein und schließen Sie Ihre Augen. Spüren Sie, wie Ihr Körper auf der Sitzfläche ruht. Spüren Sie Ihre Füße, das Gesäß, den Rücken, die Schultern, die Hände und das Gesicht. Beobachten Sie, wie der Atem durch den Körper fließt. Richten Sie bitte nun ganz bewusst Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Atmung. Ich atme ein, ich beobachte meine Atmung. Ich atme aus, 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 ich beobachte meine Atmung. Beobachten Sie Ihre Wahrnehmung. Geräusche, Gerüche, den Geschmack auf der Zunge, Gefühle, Gedanken. Beobachten Sie all diese Wahrnehmungen. Beobachten Sie, wie diese Wahrnehmungen entstehen, für einen kurzen Moment da sind, doch wieder vergeben und durch eine andere Wahrnehmung ersetzt werden. Beobachten Sie diesen ständigen Fluss der Wahrnehmung und kehren Sie dann zur Beobachtung der Atmung zurück. Ich atme aus, ich beobachte meine Atmung. 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 Ich atme ein, ich beobachte meine Atmung. Ich atme aus, ich beobachte meine Atmung. Spüren Sie, wie sich die Ruhe und Entspannung Ihrer Atmung auf Ihren Körper, auf Ihren Geist und auf Ihre Seele überträgt. Genießen Sie für ein paar Atemzüge diesen entspannten, aber doch auch wachen Geisteszustand. Und ich beobachte meine Atmung. Gehen Sie bitte langsam mit Ihren Gedanken in die Gegenwart zurück. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Hier und Jetzt. Atmen Sie bitte noch einmal tief durch. Öffnen Sie dann Ihre Augen, orientieren Sie sich im Raum, nehmen Sie den Kontakt zu Ihrer Umgebung auf, lockern Sie Ihren Körper aus und seien Sie wieder ganz im Hier und Jetzt angekommen. Unsere erste Vipassana-Meditation ist beendet.